Ich bin ein hübsches Chameleon, mein Brotjob, ich habe eine eigene Anwaltskanzlei im ländlichen Bereich, eine Beratungskanzlei, ich vertrete sehr wenig vor Gericht, ich berate die Leute mehr im Vorfeld, das ist der Brotjob und innerhalb dieses Brotjobs ergab sich relativ schnell die Möglichkeit Unterricht zu geben und aus dem Unterricht heraus die erste Autorentätigkeit in Form von Schulbüchern. Also meine ersten Bücher waren tatsächlich Schulbücher, Englisch für Fachklassen, für Berufsfachklassen, Onlinekurse inzwischen auch für meinen Berufszweig und das Belletristes Schreiben ist tatsächlich als letztes dazugekommen, dazwischen gab es nämlich noch die Lektoratsanfragen. Ich bin inzwischen deutschlandweit bekannt dafür, ganz besondere Fachbuchindizes zu erstellen, also Stichwortverzeichnisse von historischen Werken oder von besonders komplexen Werken, bei denen besonders viele Autoren mitarbeiten. Wenn man juristische Fachliteratur kennt, dann weiß man selten ein Autor ein Buch, sondern meistens ist es so, dass die Leute Spezialisierungen haben, einzelne Paragrafen kommentieren für andere Kollegen und dann arbeiten schon mal zwischen 20 und 60 Autoren an einem Werk und das zusammenzuführen zu einem sinnvollen Stichwortverzeichnis, Sachverzeichnis, das ist dann immer auch nochmal eine kleine Mammutaufgabe, die die Lektoren vor Ort dann gerne an mich abtreten. So sind dann Werke entstanden wie aus der Tönnies Gesamtausgabe zu Gemeinschaft und Gesellschaft, das ist ein historischer Text, neu kommentiert, da muss man dann auch manchmal ein bisschen mit Sprache spielen, denn Sprache verändert sich. Ja, und wie gesagt, die eigene Autorenschaft unter dem Namen Georgie Severin, bewusst abgegrenzt vom bürgerlichen Namen, die ist nun ab 2016 wieder dazugekommen, weil ich als Jugendliche tatsächlich schon mehrfach Schreibwettbewerbe gewonnen habe und das einfach nur über die persönliche und berufliche Entwicklung ein bisschen in Vergessenheit gerät. So, jetzt habe ich aber mit etwas angefangen, womit ich eigentlich gar nicht anfangen wollte. Ich wollte mich nämlich als allererstes mal bedanken für ihr, für euer Interesse. Das ist gar nicht mal so normal, dass das heute doch so viele geworden sind, denn ich bin ja Rheinländerin und gar nicht in Berlin zu Hause. Ich habe hier also noch keine Fanbase, wie das Neudeutsch so schön heißt, hoffe mir heute den einen oder anderen Fan vielleicht dazu zu holen. Ich freue mich über das Interesse, über das Interesse am Buch, über das Interesse an mir, denn irgendetwas hat ihr, hat euch, hat sie ja hierher geführt. Ich denke, damit sollte man mit der Vorrede mal Schluss machen und ins Buch einsteigen. Von mir sind inzwischen zwei Romane am Markt. Das ist einmal die heutige Operation Forever K und seit November letzten Jahres der Sam. Die K ist beim Mein Verlag im Juli letzten Jahres erschienen. Sie gilt als queeres Buch und der Mein Verlag ist ein Verlag, der sich auf queere Autoren oder queere Werke spezialisiert hat. Und das hat mich im ersten Moment erstmal umgehauen. Was bitteschön ist an meiner Kay denn eigentlich queer, denn Kay selber ist gar nicht in dieser Szene zu Hause. Das Buch spielt in Köln, es erzählt ihre Geschichte, aber natürlich im Rahmen ihrer WG, in die sie hinein stolpert. Und wie sie in diese WG hinein stolpert, das sind gleich die ersten Kapitel. Und ganz übergangslos nehme ich sie jetzt an die Hand, hoffe ich zumindest, dass ich das kann, und versetze sie von Berlin in die Altstadt Kölns, wo nicht viel andere Wohnungsgesetze gelten als in der Berliner Innenstadt. Wohnraum ist sauknapp, sehr teuer. Und jedes WG-Zimmer, ganz besonders wenn es eine Erwachsenen-WG ist, findet schnell einen Abnehmer. Vielleicht auch dieses. Sie sieht aus wie eine Fee, verkündete Flo. Callum schüttelte den Kopf. Also wirklich, Flo, jetzt übertreibst du aber. Nein, wirklich, guck selber. Flo deutete auf die Wartenden unten auf der Straße. Lass mal. Callum winkte ab und gehnte. Ich mache uns lieber nochmal Kaffee und freue mich unterdessen auf das männliche, sexy Unterwäschemodel, das bald das Zimmer neben mir bewohnen wird. Chris und Davide lachten mit ihm, während Flo ungerührt am Fenster stehen blieb und die unten Wartenden einem weiteren prüfenden Blick unterzog. Keins dabei, Callum. Im Hausflur begann es zu rumoren. Der Besichtigungstermin in der großzügigen Altbauwohnung in der dritten Etage der Kölner Innenstadt hatte dutzende Interessenten angelockt. Er fiel mit dem für ihr WG-Zimmer im Stockwerk darunter zusammen, denn die nette Maklerin hatte ihn extra so gelegt. Macht's euren Interessenten leichter, Jungs, hatte sie lachend gesagt, als Callum sich, formvollendet wie immer, bei ihr hatte bedanken wollen. Es waren trotzdem nur ein paar wenige Nieten gewesen, die sich die Treppe bis ins zweite Obergeschoss hinauf getraut hatten, um sich ihren vier potenziellen Vermietern vorzustellen. Die meisten von ihnen waren zwar ebenso queer gewesen wie sie selbst, aber keiner von ihnen hatte auch nur ansatzweise in ihre kleine WG gepasst. Callum sah zu, wie das Wasser durch den Kaffeefilter in die Kanne tröpfelte und dachte an Martin. Martin, der sein Freund gewesen war, irgendwann auch einmal sein Partner. Martin, mit dem Chris, Davide und er einst die WG gegründet hatten. Zwei queere Paare, alle noch Studenten, dazu ihr verrückter Vermieter Theodor, liebevoll Theo genannt. Dank seiner hatte Martins und Callums Freundschaft das Ende ihrer Beziehung überdauert. Und als der weitaus ältere Theo eines Tages hatte ins Heim ziehen wollen, hatten die vier ihm kurzerhand die Wohnung abgekauft, sie umgebaut und das letzte freie Zimmer wenig später an Flo vermietet. Dann hatte Martin plötzlich verkündet, für seine Firma ein paar Monate nach Amerika gehen zu müssen. Er war nicht wiedergekommen und hatte sie stattdessen nur aus heiterem Himmel zu seiner Hochzeit eingeladen. Callum, Chris und Davide waren hingeflogen und hatten mitgefeiert, auch wenn keiner von ihnen mit vollem Herzen dabei gewesen war. Noch auf der Hochzeitsfeier hatte Callum Martin angeboten, dessen Anteil an der Wohnung zu übernehmen und nun war Martins Zimmer seit geraumer Zeit leer. Zu leer. Flo hüpfte erneut ans Fenster. Da ist sie wieder. Wow, sie sieht so süß aus. Fast verzaubert betrachtete er seine Fee. Sie geht rein. Unvermittelt hobste er einen Schritt zurück. Ah, sie hat mich gesehen, sie hat mich gesehen, quiekte er und wedelte dazu wie üblich mit seinen Händen. Was mache ich denn jetzt? Er trat zurück ans Fenster, hob zögerlich den Arm ein winziges Stück weit über das Fensterbrett und winkte unsicher und nur so aus dem Handgelenk nach unten. Ist die süß. Ach, Flo, jetzt ist es aber gut. Callum grinste und stellte die volle Kaffeekanne vor Davide auf den Tisch. Manchmal frage ich mich wirklich, ob du dich schon endgültig für unsere Seite des Ufers entschieden hast. Flo zog eine Grimasse. Du bist kräheßlich. Ich war heiß, sang Callum im selben Tonfall zurück. Du bist dran. Davide nickte mit dem Kopf in Richtung Tür. Callum erhob sich, um den nächsten Bewerber einzulassen, doch vor der Wohnungstür stand eine Frau. Entschuldigung, bat sie und sah Callum aus ihren großen blauen Augen fragend an. Flo's Fee, sie musste es sein, es passte. Vermutlich hatte sie sich in der Etage vertan. Was soll ich entschuldigen? Sie lachte. Ich habe gelauscht, als die Maklerin oben einem abgelehnten Interessenten erzählt hat, hier unten sei auch etwas zu vermieten. Ich dachte, ich frage mal nach, ob... Callum schoss das Blut ins Gesicht. Was nun? Er ging nicht gerade mit seiner Orientierung hausieren. Ähm, ja, also, nein, also, stammelte er ganz entgegen seiner sonstigen Gewohnheit und rang um die bestmögliche Formulierung einer Antwort. Hinter ihm erstien ein strahlender Floh. Natürlich wollen sie das. Schwer genug, in Köln eine passende Bleibe zu finden. Er lachte das Wesen vor sich freundlich an. Wie üblich malten seine Hände dabei ganze Bilder in die Luft. Besonders für Feen. Danke. Sie lächelte und deutete einen Knicks an. Floh sah Callum hoffnungsvoll an und zuckte, als er auf dessen eisernen Blick traf, verschnupft mit den Schultern. Ich fürchte nur... Das Gesicht der Frau verdüsterte sich umgehend. Schon verstanden. Schon weg, zu groß, zu teuer, nichts für mich. Sie holte tief Luft und sofort kehrte das freundliche Lächeln auf ihr Gesicht zurück. Naja, kann man nichts machen. Danke jedenfalls. Sie sah zu Callum zurück, der sich redlich bemühte, sich seine Erleichterung nicht anmerken zu lassen. Ihnen beiden. Auf Wiedersehen. Es kam nur einen Herzschlag zu spät. Da hatte sie sich schon zum Gehen gewandt. Beim Klang seiner Stimme sah sie zurück, verfehlte die Stufe vor sich, stolperte den Treppenabsatz hinunter und krachte gegen die Wand. Auferflucht! Sie fing sich ab, lehnte die Stirn gegen die Wand und trat wütend dagegen. Alles klar? Flo hüpfte seinerseits die Stufen hinab, bis er bei ihr anlangte. Flo ging niemals. Er hüpfte. Absichtlich. Haben sie sich wehgetan? Nein! Versetzte sie patzig. Dann richtete sie sich auf. Nein, alles in Ordnung. Ich... Ich bin nur... Ach, was ich... Sie hob die Hand, lächelte Flo an und zeigte nach unten in Richtung Haustür. Ich bin dann mal weg. War einfach nur ein saublöder Tag. Sie seufzte. Vorwurfsvoll sah Flo zu Callum hinauf. Tu, was! Verlangte seine ganze Haltung. Callum kapitulierte. Flo und sein großes Herz. Warum kommen sie nicht rein und trinken eine Tasse Kaffee mit uns? Ich denke, dann können wir einen Tag mit einer Erklärung etwas aufhellen. Er würde sich dabei schon keinen Zacken aus der Krone brechen. Zwei Tassen Kaffee später wünschte sich Callum, er hätte sie eigenhändig zur Haustüre hinaus befördert. Nicht nur tat Flo sein Bestes, die neue beste Freundin ihres Gastes zu werden, auch Chris und Davide schienen vergessen zu haben, weshalb sie eigentlich an einem schönen Samstagnachmittag in ihrer Wohnung saßen, statt durch Köln zu ziehen. Immerhin war sie mit das Netteste, was Callum in letzter Zeit an Weiblichkeit ausgemacht hatte. Trotzdem. Ihr Blick blieb an ihm haften. Da fällt mir ein, du wolltest mir noch etwas erklären. Sie waren längst beim Du angekommen, wenn auch noch ohne Namen. Davide begann zu grinsen. Ja, Callum, mach doch mal. Chris kaschierte sein Lachen mit einem Räuspern. Flo sprang auf. Ah, ich muss mal, also für kleine Außerirdische. Er wedelte unbestimmt mit den Händen nach draußen und stob aus dem Raum. Callum wich ihren Blick aus und betrachtete für einen kurzen Moment die dunkle Holzplatte ihres Esszimmertisches. Dann gab er sich einen Ruck. Tja, weißt du, die Maklerin hatte durchaus recht. Wir haben etwas zu vermieten, ein Zimmer in unserer WG hier, nur... Wieder wollte ihm keine passende Formulierung in den Kopf kommen. Nur... Sie sah ihn direkt an, den Kopf schräg gelegt. Er seufzte. Nur hast du dafür vermutlich das falsche Geschlecht. Vermutlich. Davide und Chris begannen schallend zu lachen. Callum wurde bewusst, wie böse er gerade aufgelaufen war. Vermutlich. Schulterzuckend deutete er auf Flo, den das laute Gelächter zurück ins Zimmer gelockt hatte. Das weiß man hier nie so genau. Was? fragte Flo scheinentrüstet, wedelte mit den Händen und stellte sich in Pose. Dann lachten sie Tränen. Ihr vier seid also auf der Suche nach einem Mitbewohner, gleich welcher Rasse, Religion, Hautfarbe oder Orientierung. Nur weiblich darf er nicht sein, ja? Sie zog die Augenbrauen zusammen. Chris nickte überzeugt. Ist einfacher, ja. Stimmt, bekräftigte Davide, nicht so viel Gekicher und belegte Badezimmer. Genau, die Hundedackelblicke an der Haustür und das Dauerreden nicht zu vergessen, fügte Callum hinzu. Und die einzigen monatlichen Dramen sind meine, ergänzte Flo. Sie lachten und warteten auf ihr schon vertrautes, helles Lachen. Es kam nicht. Sie sahen auf. Entschuldigt, sagte sie ruhig und stand auf. Ich muss los. Sie sah so freundlich aus wie zuvor, aber das Lachen war aus ihren Augen verschwunden. Hey, Chris erhob sich, um sie aufzuhalten. Wir wollten nicht. Nein, natürlich nicht, sagte sie hohntriefend. Himmel, wisst ihr was? Ihr seid die borniertesten, arrogantesten, verklemmtesten und vorurteilsbehaftetsten Idioten, die mir je begegnet sind. Aber immer die Ersten, wenn's hinter der Regenboden und Fahne hergeht, nicht? Ach, was sind wir tolerant! Sie ließ sie stehen. Einfach so? Sprachlos in ihrem Versuch, zur Besinnung zu kommen. Als Callum schließlich eine passende Antwort einfiel, war die Wohnungstür bereits hinter ihr zugefallen. Blöde Kuh, schlug Flo kläglich vor, als Callum unverrichteter Dinge ins Esszimmer zurückkehrte. Definitiv. Unbedingt, bekräftigte Chris. Davide holte tief Luft. PMS. Eindeutig. In die unbehagliche Stille hinein schlug er mit der flachen Hand auf den Tisch. Ach, scheiße! Wir waren unmöglich! Tja, das Buch wäre an dieser Stelle zu Ende, würde Kay nicht irgendwann doch wiederkommen. Wie Sie sie finden, das soll der Leser sich selbst erlesen, das werde ich an dieser Stelle nicht verraten. Aber wenn das Ganze in Köln spielt, dann muss natürlich der Karneval dabei eine Rolle spielen. Alles andere wäre ja fast genreverachtend. Es braucht auch deutlich Überzeugung, bis Überzeugungskraft aller vier, um Kay davon zu überzeugen, es gegenseitig zu versuchen. Und während sie auf den Beginn des folgenden Monats und damit auf Kay's geplanten Einzug warteten, durchliefen die vier Männer auch alles an Gefühlen, was mit einer einschneidenden Veränderung einhergehen kann. Von blankem Entsetzen über die getroffene Entscheidung bis hin zu schon fast euphorischer Vorfreude reichte die Bandbreite. Kein Abend, an dem nicht einer von ihnen Zweifel anmeldete oder Befürchtungen äußerte. Glücklicherweise traf dessen Stimmungslage selten auf eine gleichartige bei den anderen und so endeten die Diskussionen immer wieder da, wo Callum ohnehin schon angekommen war, nämlich dabei, einfach abzuwarten, wie es laufen würde. Kay war noch einmal zu Besuch da gewesen, an einem weiteren Samstag. Allerdings hatten Callum, Chris und Davide sie kaum zu Gesicht bekommen. Sie war früh gekommen, als sie noch ihre allwöchentlichen Einkaufstouren gemacht hatten, hatte still und leise das Zimmer ausgemessen und die Wände in ihr passenden Farben gestrichen. Flo hatte sich ein Herz gefasst, ihr seine Hilfe angeboten und den Tag lachend und scherzend mit ihr beim Streichen verbracht. Zum milden Erstaunen ihrer drei weiteren künftigen Mitbewohner waren die Wände anscheinend trotzdem nicht rosa geworden. Eher Milchkaffeefarben, den Farbresten in Kays und Flohs Haaren nachzuurteilen. Als Davide Kay spontan anbot, zum Essen zu bleiben, winkte diese jedoch ab. Sie müsse noch packen, entschuldigte sie sich und verschwand, wie sie gekommen war. Wie sehr sie auch versuchten, Floh zu bestechen, zu provozieren oder hereinzulegen, der schwieg hoch erhobenen Hauptes darüber, was sie gesprochen hatten. Ist das alles? fragte Chris betroffen, als er am folgenden Samstag an der von Kay angegebenen Adresse vorfuhr. Ich konnte ja nicht an, dass du gleich mit einem ganzen Transporter anrückst. Es klang hilflos und ärgerlich zugleich. Es stimmte schon, Chris hatte bei seinem Angebot, ihr beim Umzug zu helfen, mit keinem Wort erwähnt, einen der Transporter seines Unternehmens dafür ausleihen zu wollen. Er war aber auch selbstverständlich davon ausgegangen, Kay habe bisher in einer anderen Wohnung gelebt und nicht im möblierten Gästehaus der Universität. Meine Möbel sind noch eingelagert, erklärte sie. Er fragte nicht warum, aber es erschreckte ihn. Sie halfen alle dabei, Kays wenige Sachen in den zweiten Stock hochzutragen und in ihrem Zimmer zu platzieren. Das Ganze artete in einen Wettbewerb aus, nachdem Chris großspurig Kays schwere Bücherkiste alleine hochgeschleppt und scheinbar unangestrengt auf ihrem Bett geparkt hatte. Als Callum ihm mit der zweiten Kiste nachging und sich dabei erneut zu seiner jüngst erfolgten Anmeldung in einem Fitnessstudio beglückwünschte, fiel ihm auf, welche Klischees sie mal wieder bedienten. Nachdenklich folgte er Flo die Treppe hinunter, um die letzte Umzugskiste aus Chris' Transporter zu holen. In letzter Zeit wurde ihm das auffällig oft bewusst. Lag das schon an ihr? Chris und Davide haben den Samstag und den Sonntag zum Waschen. Sie kommen sonst nicht dazu. Seine Majestät von England beschäftigt lieber eine Wäscherei statt selbst zu waschen, hält aber am Freitagswaschprivileg der adeligen Eigentümerschicht eindeutig fest. Offiziell habe ich daher den Dienstag als Waschtag, aber da ich nie lange im Voraus weiß, wann ich da Dienst habe, kannst du den auch zum Waschen nehmen. Das bot Flo Kay an, als sie schließlich, satt und müde, alle gemeinsam im Wohnzimmer saßen. Eigentlich lagen sie mehr, hatten Davide und Kay doch ihre kulinarischen Fähigkeiten zusammengeworfen, um Kays Einzug gebührend zu feiern. Callum hatte, dem Ernst der Lage angemessen, sogar seinen sorgsam gehüteten Vorrat geplündert und eine exzellente Flasche passenden Weins geöffnet. Du kannst die Sachen entweder unten aufhängen oder in den Trockner stecken, ganz wie du willst. Jede Wohnung hat einen Trockenplatz unten. Kay nickte und stemmte sich müde aus dem Sofa hoch. Wo willst du hin? fragte Flo erschrocken. Sie lachte. Aufräumen. Flo sah sie fragend an. Die Küche, Flo. Sie sah Callum ins Gesicht. Ein diebisches Grinsen stahl sich auf ihr Gesicht, als sie aussprach, was er sich selbst im Spaß nur gedanklich hatte zuzufügen getraut, was man ihm aber wohl von der Nasenspitze hatte ablesen können. Wo ich hingehöre. Wir haben einen Putzdienst und eine Putzfrau, Kay. Wer kocht, spült nicht und umgekehrt. Das ist genderneutral formuliert und so bleibt es auch, gab er zurück, als das Lachen abeppte. Aber die Putzfrau ist es dann schon noch, ja? Ja, und stell dir vor, sie ist tatsächlich Polin. Der einzige, den sie vorgibt zu verstehen, ist Davide, wenn er polnisch mit ihr redet. Und ansonsten macht sie buchstäblich, was sie will, das aber schon seit Jahren sehr erfolgreich. Wie schade, konterte Kay. Bei der Miete hatte ich fest mit einem nacktputzenden Mann gerechnet. Flo verschluckte sich an seinem Wein. Igitz! Er war ernstlich entsetzt. Stell dir vor, was da ins Putzwasser hängt, wenn der sich falsch vorbeugt. Callum, dessen Gesicht nach dem Küchenausrutscher gerade erst wieder eine halbwegs normale Farbe angenommen hatte, merkte zu seinem Entsetzen, wie er schon wieder anlief. Könnte das jetzt aufhören, bitte? Niemand schien ihn zu hören, denn es ging genauso weiter, einen ganzen Abend lang, bis sie sämtliche Vorurteile und Klischees durch hatten und er Bauchschmerzen vor Lachen. Da wusste er, es würde funktionieren. Ein erster Eindruck des Buches. Ein Aufeinandertreffen vieler Schubladen, so gedacht, reicht mir immer wieder auch zum Vorwurf. Das kriege ich oft genug zu hören. Das seien ja doch alles nur so dahingeschriebene Klischees, Schubladen und Stereotype. Ich komme da am Ende der Lesung gerne nochmal drauf zurück, denn da gibt es eine schöne Geschichte zu erzählen. Die WG funktioniert ganz ausgezeichnet. Die Typen passen zueinander, ganz unabhängig von all diesen Klischees und Stereotypen. Man bewegt sich im Laufe der Zeit einfach aufeinander zu und aus der reinen WG-Gemeinschaft, die sich gut versteht, wächst echte Freundschaft. Dann allerdings tritt ein Ereignis ein, was die gerade gewonnene Ruhe in der WG wieder zu zerbrechen droht oder aufzuheben droht. Und dieses Ereignis wird zu der berühmten Operation Forever K führen. Im Vorfeld des Ganzen liegt ein Kapitel, das den Anfang dieses Buches als Buch markiert. Mit diesen beiden Kapiteln bin ich in den Wettbewerb zu einem Literaturfestival gegangen. Das war das erste Mal, dass ich mich getraut habe, aus der belitristischen Schreibe etwas aus der Schublade zu nehmen und bei einem Wettbewerb einzureichen. Und da sofort zu den Favoriten zu zählen und eingeladen zu werden und mit einer Lesung prämiert zu werden, war für mich das Startsignal, das, was du da schreibst, gefällt nicht nur deinen Freundeskreis, dem du das immer mal wieder so vorliest, sondern vielleicht auch dritten. Diese beiden Kapitel haben mich letzte Woche ins Radio gebracht, hier in Berlin. Sie markieren oder sie stehen repräsentativ für die andere Seite des Buches. Nicht ganz so humorvoll, nicht ganz so leicht dahingeschrieben, vielleicht eher mit etwas mehr Tiefgang. Und bevor ich sie laut vorlese, muss ich hier in Berlin etwas erklären. Ich habe von Verlagsseite und von meiner Seite lange überlegt, wie wir mit diesen Kapiteln umgehen sollen. Denn die rheinische Mundart spielt darin eine gewisse Rolle. Wenn ich den Text heute außerhalb des Rheinlands vorlese, dann tue ich das bewusst nicht korrekt in dieser Mundart. Sollte also jemand von Ihnen dabei sein, der das richtige Kölsch oder das Eifler Platt spricht, ich tue das durchaus auch. Aber wenn ich es fremd vorlese, nehme ich mir immer die Freiheit, den berühmten Adenauer-Dialekt dafür zu setzen, also den rheinischen Singsang. Das heißt, das Kapitel ist gedacht, geschrieben von mir, zum Teil in Dialekt. Ich werde es aber hier jetzt etwas milder lesen. Wenn es trotzdem nicht verständlich sein sollte, dürfen Sie einfach gerne dazwischen rufen. Okay? Gut. An einem sehr ereignislosen Samstagabend hat sich die WG relativ früh zur Ruhe begeben. Etwas zu früh für ihren Geschmack. Also sind sie alle nicht so gewohnt, so früh mal alle in der Falle zu liegen. Und entsprechend schlecht ist Callums Schlaf. Und er hört dann auch aus dem Zimmer von Kay Geräusche, die untypisch sind und die auf irgendeine Katastrophe hindeuten, die sich da anbahnt. Es stellt sich dann heraus, dass Kay sich mit Arbeit übernommen hat. Und diese Arbeit muss fertig werden und sie möchte sich den kommenden Sonntag frei halten für einen Besuch. Und Callum bietet ihr in dieser gerade neu entstandenen Freundschaft seine Hilfe an. Und sie akzeptiert die Zähne knirschen, weil anders kommt sie einfach nicht weiter. Es ist vier Uhr morgens. Die Korrekturen, die sie abliefern soll, wollen und wollen nicht fertig werden. Der Drucker ist kaputt. Das Zimmer sieht aus wie ein Chaos. Und sie hat längst auch aus Übermüdung findet sie sowieso nichts mehr. Na komm, ich werfe den Drucker an und mache uns Kaffee und du räumst zusammen. Dann zeigst du mir, was ich lesen soll. Sie arbeiteten Seite an Seite und Callum kam es bald vor, als hätten sie das schon oft getan. Sie sprachen nicht viel, reichten sich stumm die Papiere hin und her oder erklärten knapp aufkommende Fragen. Als es draußen hell wurde, waren sie fertig. Callum streckte sich, gähnte herzhaft und stand auf. Frühstück oder Bett? Frühstück, ich muss bald los. Himmel, wo musst du denn hin? Sie nannte einen Ort, dessen Namen Callum nirgendwo einzusortieren vermochte und lächelte. Schneifel, Callum, tiefste Schneifel. Sein müder Kopf lieferte ihm keine Bedeutung für das Wort. Schneifel, fragte er vorsichtig. Er erinnerte sich nur zu gut an das Gefühl, wenn seine Freunde in Gelächter ausbrachen, weil er in den Sprachfettnapf gefallen war. Das kam nach all den Jahren hier zwar kaum noch vor, aber es kam vor. Auch Kay lachte, aber es war ein freundliches Lachen. Schnee, Eifel, Callum. Schnee, Eifel, Schneifel. Das steht sprichwörtlich für irgendwo im Nirgendwo oder eben mitten in der Eifel. Kann doch nicht mehr als eine Stunde Fahrt sein. Doch, sicher. Fährt nicht viel hoch da sonntags. Du willst mit Bus und Bahn dahin und wieder zurück? Sonntags? Ja, sicher, wie sonst. Egal, was Flo meint, aber ich bin keine echte Fee, weißt du. So, sie wandte ihm den Rücken zu und deutete darauf. Keine Flügel. Hast du kein Auto? Callum riss die Augen auf. Nein, wozu denn, gab sie ärgerlich zurück. Ärgerlicher, als seine Frage es wert gewesen war. Callum sah hinaus in den immer noch regnerischen grauen Morgen. Er war müde, ihm war kalt und er sehnte sich nach einer Couch oder seinem Bett. Er sah zu ihr hinüber. Ihr schien es ebenso zu gehen wie ihm. Aber sie würde da hinausgehen. Er schniefte. Okay, pass auf. Wir nehmen meines. Wir frühstücken, duschen, dann fahr ich dich. Du kannst auf der Fahrt schlafen und ich, wenn wir angekommen sind. Gut? Er hatte Freude erwartet. Ein Danke vielleicht. Stattdessen verzog sie unglücklich das Gesicht. Was? Was? Es klang schärfer, als beabsichtigt. Sie sah zu Boden und räusperte sich. Meine Eltern. Sie sind nicht. Also. Callum verstand. Eifel. Hatte er von gehört? Schon gut. Ich sagte ja, ich bleibe im Auto. Von mir aus lauft das letzte Stück. Sie lächelte, als sie verstand, was er in ihre Worte hineininterpretiert und gerade angeboten hatte und legte ihren Arm auf den Seinen. Danke. Aber das meinte ich nicht. Sie sind einfache Leute, Callum. Das meinte ich. Nicht sonst. Und natürlich kommst du mit rein. Sie zog die Augenbrauen zusammen und musterte ihn von oben bis unten. Kleiner Dienstanzug, Callum. Hemd, Pullover, Jeans und Sneaker. Kein dunkler Maßanzug, keine Halbschuhe, keine Krawatte, Majestät. Ja? Callum folgte der Straße, die das Navigationsgerät ihm vorgegeben hatte. Er lauschte dem gleichförmigen Dudeln des Radios, dem Tick-Tack der Scheibenwischer und versuchte wach zu bleiben. Neben ihm schlief Kay tief und fest. Sie hatte sich schon kurz nach der Abfahrt auf dem Beifahrersitz eingerollt und kuschelte sich jetzt in die Wärme der Sitzheizung und des langen Mantels, den er in einem weiteren Anfall von Fürsorglichkeit vom Rücksitz geangelt und über sie gebreitet hatte. Er fragte sich, wie das Ende seiner Reise aussehen würde, was ihn erwartete. Wie immer, wenn das geschah, fühlte er sich unsicher und verletzlich und, ebenfalls wie immer, folgte dem Umgehend der Ärger auf sich selbst. Ein erwachsener Mann, der sich von derart einfachen Alltagssituationen aus dem Konzept bringen ließ? Derselbe Mann, der sich fast mühelos durch zwei deutsche Staatsexamen und ein Rigorosomper leert hatte und seitdem regelmäßig souverän den Staatsvertreter gab? Nur war das hier kein Gerichtssaal. Keine festen Regeln. Eine Ansage des Navigationsgerätes holte ihn aus seinem Brüten. Er verließ die Zubringerstraße und folgte dem vorberechneten Weg in das Dorf, in dem ihr Ziel lag. Zwei stöckige, weiß gestrichene oder rot verklinkerte Einfamilienhäuser mit großzügigen Vorgärten säumten die Durchfahrtsstraße. Ein Bäcker, ein Reifeisenautomat mit Geldautomaten. Eine Kirche, natürlich. Er grinste, als sie an einem dieser altmodischen roten Automaten vorbeifuhren, von denen Chris ihm einmal erzählt hatte, sie würden Kaugummiautomaten genannt und in den Plastikkugeln darin wären herrlich bunte Plastikringe verborgen, die man als Junge hatte verschenken können. Nur vielleicht nicht gerade an andere Jungen, vermutete Callum und bog in eine von der Hauptstraße abzweigende Sackgasse ein. Nicht hier, jedenfalls. Sie haben ihr Ziel erreicht, verkündete die freundliche Frauenstimme des Navigationsgerätes. Callum parkte und rüttelte Kay sanft an der Schulter. Wir sind da. Sie gähnte, richtete sich auf und warf einen prüfenden Blick in den Spiegel der Sonnenblende. Callum nutzte die Zeit, stieg aus, ging um den Wagen herum und öffnete ihr die Wagentüre. Als sie ausstiegen, ging an einem Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite die Haustür auf. Eine ältere Frau erschien darin und strahlte. Da bist du ja. Sie zog die herangekommene Kay fest in ihre Arme und hatte sie noch nicht wieder losgelassen, als hinter ihr eine weitere Tür aufging. Der Mann darin blieb abwartend stehen, bis Kay in seine Arme wechselte. Na, dann kommt mal rein, brummte er. Seine Einladung schloss Callum so selbstverständlich ein, wie der sich plötzlich dafür verwünschte, den beiden nichts mitgebracht zu haben. Als Callum Davide später das Haus beschreiben wollte, in dem Kay groß geworden war, winkte der nach wenigen Worten ab. Weiß schon. Zweigeschossig, Einfamilienhaus. Rechts vorne am Eingang das Gästeklo, daneben die Treppe in die obere Etage. Braun, sie sind immer aus Holz und mittelbraun. Gegenüber liegend das S-Wohnzimmer, letzteres nach hinten raus zum Garten, Holz verkleidet, Gelsenkirchener Barock. Echte gute Stube, lange weiße Gardinen, gerafft, Häkeldeckchen, Schuhenbezüge. Ebenfalls nach hinten raus die Küche, meist weiß. Küchentisch mit bunter Wachstischdecke. Oben drei Zimmer. Elternschlafzimmer und zwei kleine Zimmer, ein Bad mit Wanne. Unten Keller, manchmal Partykeller. Natürlich holzverkleidet, aber das Entscheidende ist der Geruch. So ein Geruch nach Möbelpolitur und Wäschestärke, nach Kochen und Waschen und Leben. Es klang sehnsüchtig und Callum wusste warum. Es war der Geruch eines Zuhauses. Schöner waren, stellte Erich Molina fest, als sie ein ausgiebiges Mittagessen später auch die wunderbare Kaffeetafel massakriert hatten, die die beiden Frauen gedeckt hatten, sobald der Mittagstisch abgedeckt worden war. Callum lachte. Seine Befangenheit war längst verflogen, so selbstverständlich hatte Kays Vater ihn nach ihrer Ankunft ins Wohnzimmer mitgenommen, ihn auf dem Sofa platziert und ihn auszufragen begonnen. Sie hatten geklärt, dass Callum nicht Kays neuer Freund war, sondern deren Mitbewohner, dass er Staatsanwalt war und dass er aus England stammte. Callum wiederum hatte erfahren, dass Erich Molina keine Studierte war, keine Englisch sprach und dass seine einzige Fremdsprache überhaupt das Hochdeutsche war. Wobei der feine rheinische Singsang in eben jedem Hochdeutsch bei Erich eher schön als platt klang. Jeder einzelne Abschnitt dieses Männergesprächs war so ernsthaft interessiert, so humorvoll und so freundlich geführt worden, dass Callum sich mittlerweile in einem Zustand euphorisch übermüdeter Entspannung befand. Er gähnte und gab ganz bewusst die erwartete Antwort. Deswegen habe ich ihn gekauft, Erich. Er hatte nach irgendeinem Schnaps zum Vornamen gewechselt, kombinierte ihn aber sicherheitshalber mit dem förmlicheren Sie. Erich Molina hatte nichts dazu gesagt, jetzt lachte er. Denk ich mir. Er sah über das Schlachtfeld aus Kuchen, Schlagsahne, leeren Kaffeetassen und Schnapsgläschen. Gehen Sie ein Stück mit mir, Callum? Er deutete auf die Tafel. Das kann die Frau machen. Die Frau, hatte Callum heute gelernt, das war Kay's Mutter, und der Artikel ersetzte das besitzanzeigende Fürwort meine. Liebevoll, wohlgemerkt, Emanzipation auf Rheinisch, vermutete Callum. Er streckte sich wohlig. Gerne? Er folgte Erich hinaus. Es hatte irgendwann aufgehört zu regnen, und die kalte, klare Eifelluft tat Callum gut. Sie wanderten ein kurzes Stück die Hauptstraße entlang, bogen in einen Feldweg ein und gelangten wenig später an einen kleinen See. Erich folgte dem Uferweg ein Stück, blieb stehen und zündete sich eine Zigarette an. Kommt nicht oft vor, dass mein Mädchen einen Mann mit nach Hause bringt. Ist ne Weile her. Aber meine Kalne kann wieder lachen seit ein paar Wochen. Endlich. Callum nickte. Was ist geschehen, Erich? Der schüttelte de Prompt den Kopf. Das soll sie Ihnen mal selber erzählen, meinen Sie nicht? Aber wenn Sie mich fragen. Er war ein Arschloch. Er sah auf den See hinaus. Sind Sie ein Arschloch, Callum? Callum war versucht, vorschnell Nein zu sagen. Dann erinnerte er sich an das, was er tat, wenn er ab und zu samstags verschwand. Und an das, was die Angeklagten aus dem Gerichtssaal Erich Molina wohl berichtet hätten. Oft, ja. Ja, ich denke, viele, die mich kennen, würden dem zustimmen. Erich ging nicht weiter darauf ein, sah ihn nur prüfend an und schnippte den Stummel seiner Zigarette fort. Sie sind nicht echt, oder? Doch, ganz und gar, scherzte Callum unbehaglich und boxte spielerisch auf Erichs Oberarm. Sie wissen genau, war die Schmein. Und ob Callum das wusste. Er wollte es nur nicht wissen. Er tat so viel dafür, nicht aufzufallen. Es war so wichtig, so furchtbar wichtig. Es veränderte alles. Immer. Sie sind einer von denen. Es kam ohne Bosheit. Einer von denen. Kellermette schreien mögen. Mit viel Mühe sah Erich Molina in die Augen. Darin stand dasselbe, echte, aufrichtige Interesse an ihm wie zuvor. Keine Wertung, kein Urteil. Er atmete tief ein. Sie meinen, ob ich homosexuell bin. Schwul. Queer. Er ließ es bewusst nicht nach Frage klingen und löste seinen Blick auch nicht von Erichs Gesicht. Das veränderte sich nicht. Nicht mal ein Blinzeln. Ja. Ja, bin ich. Als Erich wieder nicht reagierte, ihn nur weiter ansah, gab er nach, sah fort und blickte über den See. Verloren, flüsterte die Stimme in Kellerms Kopf hönisch. Wieder verloren. Warum hast du weggesehen? Aufgegeben. Sei ein Mann endlich mal. Nach all den Jahren musst du doch. Sollte ihnen recht sein, platzte er laut heraus, nur um der Stimme nicht mehr zuhören zu müssen. Weitaus weniger gefährlich für geliebte Töchter. Deswegen hat sie es ihnen ja erzählt. Es war ein dämlicher Spruch. Und so zog Erich Molinar auch nur die Augenbrauen hoch und sah ihn weiter an. Kellerm wurde das Schweigen zwischen ihnen unbehaglich. Er rettete sich in den nächsten Satz. Der See. Er deutete hinaus. Fische. Erich folgte Kellerms Blick. Endlich griff in seine Jackentasche und zündete sich eine weitere Zigarette an. Barsche. Rotauren. Sowas. Angeln sie. Kellerm dachte an seine Heimat, an die Angelausflüge mit seinem Vater an den See, ein paar Meilen entfernt, in seiner Kindheit. Meilen, spottete die Stimme. Merkwürdig. Dann sind es immer Meilen. Keine Kilometer. Er dachte schon so lange, in Kilometern. Er erinnerte sich des wartenden Erichs. Als Kind mit meinem Vater, ja. Heute? Nicht mehr. Er versuchte, seinen Tonfall neutral zu halten. Es gelang ihm nicht. Er weiß es, ja. Kellerm biss sich auf die Lippen und schob die aufkommenden Erinnerungen eisern fort. Für meinen Vater existiert nicht, was nicht sein darf. Erich nickte nur. Ich hab mir immer einen Jungen gewünscht. Vielleicht ist Kay deswegen eine Halbe geworden. Er lächelte und Kellerm lächelte zurück. Ich weiß es nicht. Aber wenn ich einen Jungen gehabt hätte und er würde so einen Mann geworden wie sie, Kellerm, dann würde ich, verdammt nochmal, stolz auf dem. Kellerm verschlug es die Sprache. Dann mahnte sein Gewissen, ihnen eine Lanze für seinen Vater zu brechen. Das sagt sich leichter, als es sich leben lässt, Erich. Erich schnaubte ärgerlich. Die haben jetzt schon Schützenkönige wie sie, bemerkte er trocken und sah Kellerm wieder an. In seinen Augen stand ein sehr vertrautes Funkeln. Irgendwo, fügte er schämisch hinzu und zwinkerte. Kay. Es war Kays Funkeln, wenn sie ihn ansah und ihn aufzog. Bei Düsseldorf vermute nicht. Kellerm lebte schon zu lange in Köln, um die ihm gestellte Falle nicht zu erkennen. Ach da, er winkte betont desinteressiert ab. Die wissen ja auch nicht, was sie tun. Erich lachte erfreut und schnippte auch den zweiten Zigarettenstummel fort. Er ging an Kellerm vorbei und klopfte ihm auffordernd auf die Schulter. Kommen Sie, die Frau wird schon warten. Sie müssen bald los, wenn Sie um Köln nicht im Stau stehen wollen. Beim Aufschließen der Haustür wandte Erich sich zu Kellerm zurück. Sie sind ja nicht so schlecht für eine von denen, sagte er grinsend. Bringen Sie das nächste Mal Ihren Vater mit, um wir gehen angeln. Kellerm versuchte, sich seinen Vater zusammen mit Erich Molina vorzustellen. Das gelang ihm nicht. Sein Gesicht, sagte Erich, mehr als genug. Sagen Sie ihm, er ist ein Idiot. Kellerm schluckte. Erich Molina hätte das gekonnt, dachte er. Er nicht. Tja, die andere Seite des Buches. Um aber jetzt Sie alle aus der trüben Novemberstimmung in der Eifel wieder rauszuholen, nach Berlin bei 20 Grad. Die Katastrophe tritt ein, als Kay sich verliebt und zwar unglücklich verliebt. Sie zieht sich zurück in die Eifel, verschwindet über einen ganzen Jahreswechsel. Und genau dieser Jahreswechsel, vor allen Dingen das Weihnachtsfest, auf das die Jungs sich sehr mit ihr gefreut hatten, weil sie so schön die alten Rollen und alten Muster aufbricht, dass genau dieses Weihnachtsfest geht katastrophal schief. Am Silvesterabend sind die Jungs zu einer Party eingeladen und sie hoffen, dass, wenn Kay am nächsten Tag wiederkommt, alles wieder gut ist und dass diese Silvesterparty sie nun also wieder ein bisschen aufmuntern soll. Kommt ihr jetzt endlich, brüllte Flo und tappte dabei ungeduldig mit dem Fuß auf den Boden. Es ist gleich halb neun und sie haben um acht angefangen. Ihr werdet nicht mehr schöner und an mich kommt ihr sowieso nicht heran. Also kommt endlich. Hör auf zu krähen, Hähnchen, sonst kommst du in die Suppe, brüllte Davide aus der Küche zurück. Flo grinste. Sie hatten sich zwei Abende lang um das morgige Festessen zu Ehren von Kays Rückkehr gestritten, aber Hühnersuppe hatte nicht auf dem beschlossenen Speiseplan gestanden. Macht schon, maulte er, wir können schlecht nach Mitternacht auf einer Silvesterparty auftauchen. Wenn du zur Abwechslung statt deiner selbst auch mal ein Zimmer putzen würdest, mein lieber Florian, wären wir alle damit schneller fertig geworden und jetzt ebenso bereit zum Abmarsch wie du? Das betonförmliche Florian in Chris' Satz ließ Flo probeweise noch einmal in den Spiegel sehen. Vorsichtshalber. Na schön, er hatte es beim Make-up und Outfit des Abends vielleicht etwas übertrieben. Vorsichtig strich er eine Augenbraue in Form, dann nickte er seinem Spiegelbild zufrieden zu. Aber wirklich nur ein ganz kleines bisschen. Da, machte Flo eine halbe Stunde später und zupfte Callum heftig am Ärmel. Flo, warnte der durch zusammengebissene Zähne und entzog sein Hemd energisch Flos Griff. Da ist er! Ja, ich sehe ihn, Flo. Ich bin ja nicht blind. Ignorier ihn einfach, du wusstest ja, dass er da sei. Dann sahen sie es. Am Arm von Kays Ex-Freund hing bereits die nächste Dame. Ist das die aus dem Schlafzimmer oder ist es das, was ich befürchte? Flüsterte Chris. Flo schüttelte den Kopf. Also nackig sah die anders aus als die da. Nachdem Callum, Chris und Davide sich halbwegs wieder beruhigt hatten, löste Davide sich von ihnen und marschierte zu dem neuen Pärchen hinüber. Na nun, so schnell getröstet. Er klang launig, als seien er und der Typ neben ihm seit Jahren beste Kumpels. Der Mann nahm den versöhnlichen Tonfall erfreut auf, ohne zu bemerken, wie Flo, Chris und Callum Davide folgten. Erwartungsvoll blieben sie ganz in seiner Nähe stehen. Ach, getröstet, so viel war es ja nicht, sagte er und trank einen Schluck aus seinem Glas. Dann grinste er breit. Wollte nur wissen, ob die Haarfarbe echt ist. Ist sie, versicherte er Davide großspurig und deutete an sich herunter. Kannst ja mal nachsehen. Keine schwere Aufgabe, daran zu kommen. Davide nickte langsam, stellte sein Glas in Chris' bereits hingestreckte Hand und schlug zielsicher zu. Es war ja nun wirklich nicht nötig, uns dafür rauszuschmeißen, oder? Schimpfte Flo. Sie antworteten ihm nicht. Er erwartete auch nicht. Er schimpfte nämlich schon den gesamten Rückweg über. Natürlich hatten die Gastgeber keinen von ihnen rausgeworfen. Aber die dezente Anregung an Davide, vielleicht doch lieber zu gehen und sich etwas zu beruhigen, war auf dasselbe hinausgelaufen. Und wenn Davide ging, dann gingen sie alle. Zudem hatte Davide genau das Richtige getan und hätte eigentlich noch viel mehr tun sollen. Das stand ja wohl außer Diskussion. Sie gönnten dem Typen die Magenschmerzen von ganzem Herzen, auch wenn sie ein schlechtes Gewissen gegenüber ihren Gastgebern hatten. Aber nur wegen des schönen Teppichs. Ihre merkwürdige Mischung aus Euphorie und Schuldbewusstsein hielt noch an, als sie wieder in ihrer Wohnung eintrafen. So holten sie aus ihren Zimmern zusammen, was sie für eine improvisierte Silvesterfeier benötigten, und setzten sich an den großen Esstisch, um die letzten Stunden des alten Jahres doch noch halbwegs passabel herumzubekommen. Sie plauderten und tranken, bis sie im weiten Bogen wieder bei Kay, beim vergangenen Weihnachtsfest, und bei ihrem Rauswurf landeten. Da seht ihr, was passiert, wenn wir sie weglassen. Ich hab ja gleich gesagt, sie ist eine Fee. Sie bringt uns Glück, konstatierte Flo in die unbehagliche Stille hinein, die sich ausgebreitet hatte. Callum, Chris und Davide sahen einander an. Jeder wartete auf Protest des anderen. Aber es kam keiner. Keine Typen mehr, nickte Callum langsam. Er musste es langsam tun, denn die Flasche Gin auf dem Tisch vor ihm war seit ihrer Heimkehr um einiges leerer geworden, und sie alle waren vor ihrem Aufbruch wegen der Putzerei nicht mehr zum Essen gekommen. Keine Typen mehr, wiederholten Chris und Davide. Ihre gemeinsame Flasche Rotwein war ebenfalls fast leer. Es war ihre zweite. Flo, dessen Wodka-Mix-Getränk auch nicht ohne war, sich aber wegen der Kälte nicht so schnell trinken ließ, musste grinsen. Hallo, Erde an Jungs, wir sind Queer. Die sahen ihn verständnislos an. Keine K-Typen mehr, der Rest von uns darf ja wohl noch machen, was er will, oder? Jupp. Callum hickste, stand auf und erhob feierlich sein Glas, als sei er im Begriff, einen Toast auf die Queen auszubringen. Shettleman, nuschelte er, dann riss er sich zusammen. Ab sofort gilt, wir beißen weg, was Kay an die Wäsche will. Er warf einen Blick zu Flo. Nicht uns. Davide folgte Callums Beispiel, auch wenn er sich dazu mit der anderen Hand am Stuhl festhalten musste. Jawohl, ein Schwur. Wir tun alles, was nötig ist, um sie hier zu behalten, deklamierte er hochkonzentriert. Chris und Flo erhoben sich ebenfalls. Wir bereiten Kay ab sofort den Himmel auf Erden, damit sie nie wieder weg will, ergänzte Chris sorgfältig und fügte sein Glas den beiden bereits Erhobenen hinzu. Er nuschelte nie, wenn er betrunken war, er wurde nur langsamer, bis er einschlief. An uns wird keiner heranreichen, schwur Flo und kämpfte verzweifelt darum, mit seinem an die Gläser der anderen heranzureichen. Während sie feierlich anstießen, stiegen draußen die ersten Silvesterfeuerwerke gen Himmel. Also gut, Leute, verkündete Callum, als sie sich zufrieden wieder auf ihre Stühle fallen ließen. Starten wir die Operation Forever Kay. Die Operation Forever Kay ist zustande gekommen durch diesen fehlgeschlagenen Jahreswechsel, durch Kays Liebeskummer und eine etwas alkoholgeschwängerte Situation. Sie braucht aber jetzt natürlich noch eine Umsetzung. Nur zur Erinnerung, die Jungs haben beschlossen, keine Kay-Typen mehr und wollen das irgendwie im wahren Leben umsetzen. Wir machen einen kleinen Sprung. Davide stand am Fenster seines Büros und sah stumm hinaus. Wieder. Es war schon wieder passiert, tobte er stumm. Der siebte Klient in sechs Monaten, der um künftige Betreuung durch Niklas gebeten hatte. Davide hatte nichts gegen Niklas. Der war unbestreitbar ein Beratungstalent und ein Menschenfänger im besten Sinne. Davide hätte sich nur gewünscht, der mit Zwanziger hätte sich nicht immer ausgerechnet seine Klienten zur Zielscheibe seiner Abwerbungen erkoren. Davide wusste nicht mehr, wie er das verhindern sollte, außer mit noch mehr Leistung. Die aber vermochte er kaum mehr zu erbringen. Die ständige Erreichbarkeit, seine Angespanntheit und seine Sorge zogen seine Beziehung zu Chris bereits in Mitleidenschaft. Chris schwieg dazu, aber er litt darunter, schon weil er sich so um Davide sorgte. Das Läuten seines Tischtelefons riss Davide aus seinen Gedanken. Kay ist hier Davide, vermeldete seine Assistentin. Die Aussicht auf Kay zauberte ihm ein Lächeln ins Gesicht. Sie soll durchkommen, ja, danke. Er legte auf. Kay, rief er erfreut, als sie nur Sekunden später eintrat. Hallo Davide. Lächelnd begrüßte sie ihn mit den so vertraut gewordenen Küsschen und wandte sich dem kleinen Beistelltisch zu, auf dem stapelweise Papiere lagen. Was hast du für mich? Drei Abschlussberichte, ein Zwischenbericht, 420 Seiten insgesamt, fertig bis gestern, Drucktermin vorgestern. Also nichts, was du nicht schaffen würdest. Er feigste. Sie nickte und untersuchte die vier Stapel vor sich genauer. Sie hat sich kein bisschen verändert, dachte Davide, jedenfalls nicht, seit sie wieder auf die Beine gekommen ist. Er erinnerte sich noch zu gut an die bleiche, sichtlich angegriffene Kay, die Callum, Flo und Chris an jenem Neujahrstag vor mehr als zwei Jahren vom Bahnhof mit nach Hause gebracht hatten. Daran, wie still und in sich gekehrt sie noch fast zwei Monate lang gewesen war, bis sich langsam, Stück für Stück, wieder die alte, fröhlich-freche Kay gezeigt hatte. Es hatte fast ein Jahr gedauert, bis die Verschwörer der Operation Forever Kay erstmals hatten tätig werden müssen. Seitdem allerdings bissen sie höchst erfolgreich jeden weg, der sich auch nur ansatzweise für Kay interessierte. Davide grinste innerlich, als er an ihren ausgefeilten und erprobten Drei-Stufen-Plan dachte, den sie dann zur Anwendung brachten. Er basierte auf einem einfachen Prinzip. Genau wie sie duldete Kay nur Menschen in ihrer Nähe, die auch von ihren WG-Freunden akzeptiert wurden. Konnten Chris, Callum, Davide und Flo, also Kay, den Bewerber einmal nicht madig reden, setzte Stufe 2 beim Bewerber selbst ein. Dann machten sie sich ihm madig. Wie Chris treffend bemerkte, karikierten sie sich dabei höchst effektiv selbst. Ob es Flo war, der nur mit einem unter größtmöglichem gemeinsamen Gejohle in einem nahegelegenen Gay-Shop angeschafften pinken Spitzenhöschen bekleidet die Tür öffnete, oder Callum, der dem Bewerber ganz ohne Worte vorgaukelte, sowohl Chris als auch Kays Partner zu sein, Davide krönte das Ganze noch mit einem dezent geraunten Du, wir sind hier alle ganz offen. Und viel weiter mussten sie meist gar nicht mehr gehen. Zeigte sich das Zielobjekt unverschämt vorurteilsfrei, trieb das die vier allerdings zum Äußersten. Sie baggerten es konsequent an, bis hin zu Eifersuchtsszenen vor dessen Augen. Flo's traumhaft tränenreiche Abgänge und Callums leise drohend geäußerte Besitzansprüche auf Kays Bewerber hatte noch keiner überstanden. Vorbeugend hatte es sich Callum zudem angewöhnt, Kay so oft es ging von der Arbeit abzuholen und dabei durchblicken zu lassen, wie glücklich er doch als ihr Freund war. Es war ja wohl kaum seine Schuld, wenn die Empfangslady das fehlinterpretierte und so rätselig war. Vor allem aber taten sie alles, damit Kay sich bei ihnen wohlfühlte. Sie erwiesen ihr Aufmerksamkeiten, an die sie sich untereinander immer wieder erinnerten und versuchten, sie so fest wie möglich in ihr Leben einzubinden. Letzteres bedurfte keiner besonderen Bemühungen, es ergab sich einfach so. Sowieso hatten sie stets das Gefühl, mehr zurückzubekommen, als sie gaben. Callums Ausflüge waren seltener geworden, weil er dank Kay erstmals seit Martin wieder jemanden hatte, dem er vertraute und an den er sich wenden konnte, ohne Angst haben zu müssen, in Chris und Davides Partnerschaft zu stören. Auch Flos Liebschaften hatten sich reduziert, seit er bei Kay Zuneigung und Aufnahme fand, selbst seine Outfits waren dezenter geworden, schon weil Kay ihn stets liebevoll auslachte, wenn er es übertrieb. Chris schätzte Kays präzise Sprache und focht mit Begeisterung Wort-um-Wort-Gefechte mit ihr, bis einem von beiden nach schier endloser Zeit die Worte ausgingen und ihnen der Bauch vor Lachen wehtat. Aber am meisten schätzte Chris ihren untrüglichen Instinkt dafür, wann er, Davide, dringend kochen sollte. Dann bis sie sich so lange an ihm fest, bis sie ihn da hatte, wo sie ihn hinhaben wollte, am Herd. Weder Chris noch er hatten ihr je erzählt, wann und vor allem warum er kochen musste. Sie schien es zu fühlen. Seitdem ging es ihm besser und Chris wirkte befreit, so als teile er sich die Verantwortung für einen schwierigen Straßenköter plötzlich mit einem zweiten Herrchen. Davide musste unwillkürlich grinsen. Wuff. Er sah auf die Wanduhr. Sein nächster Termin würde bereits auf ihn warten und er durfte nicht noch einen Mandanten verlieren. Entschuldige, Schatz, er machte eine Handbewegung zur Uhr hinauf, aber ich bin heute knapp dran, mein nächster Termin wartet schon. Ich habe ihn gesehen. Nett, entgegnete Kay abwesend. Schön. Also ich nehme die Sachen mit. Heute ist Dienstag, also Montagmorgen bei Dienstbeginn, ja? Abrechnung wie gehabt? Er nickte und half ihr, die vier Papierpakete in ihrem Rucksack zu verstauen. Sie könnte einen neuen gebrauchen. Schnell fügte er in der gedanklichen Liste möglicher Kay-Aufmerksamkeiten hinzu, während er sie zur Tür brachte. Also bis demnächst verabschiedete sie sich von ihm angesichts des fremden Wartenden ungewöhnlich förmlich. Plötzlich trat das vertraute freche Funkeln in ihre Augen. Viel Spaß mit ihm. Sie fasst dem gutaussehenden Mann im teuren dunklen blauen Anzug einen Blick zu und verschwand im Treppenhaus. Simon sah ihr nach, bis sie außer Sichtweite war. Dann wandte er sich Davide zu. Hallo? Bitte? Sie? Äh, ja, komm erst mal rein. Weißt du, ich hab mir deine letzten Quartalszahlen nochmal angesehen und ich finde... Also grüß sie bitte von mir und sag ihr, ich hätte tatsächlich viel Spaß mit dir gehabt, sagte Simon, als er wieder zur Türe ging. Wen? Davide war bereits dabei, die besprochenen Maßnahmen abzuarbeiten. Davide, also wirklich. Die Frau von eben natürlich. Sie hat mir viel Spaß mit dir gewünscht. Übrigens, verrätst du mir jetzt, wer das war? Ja, sicher, das war Kay, sie ist... Davide stutzte. Das hat er gerade nach Interesse geklungen. Eine externe Mitarbeiterin. Ich werde deine Grüße gerne ausrichten. Tschüss, Simon. Er sah aus dem Fenster, als Simon wenig später unten auf die Straße trat. Simon hatte erwähnt, er sei diesmal nicht mit dem eigenen Wagen gekommen, weil er abgeholt werde. Äußerst ungewöhnlich. Davide nutzte die Gelegenheit, seinem Lieblingsmandanten und guten Bekannten ein wenig nachzuspionieren. Neugier war ein untergeordnetes Laster, fand er. Gemessen an allem anderen. Unten fuhr ein dunkler, teurer Oberklassewagen vor und hielt in der Auffahrt. Ein Sicherheitsbeamter stieg aus und öffnete nach einem kurzen Rundumblick den hinteren Wagenschlag. Sofort trat Simon auf den Aussteigenden zu. Die beiden schienen sich gut zu kennen, denn der Mann zog Simon in eine herzliche Umarmung und klopfte ihm auf den Rücken. Simon löste sich aus der Umarmung, beugte sich zu dem osteuropäisch aussehenden Mann vor und küßte ihn unvermittelt mitten auf den Mund. Davide lachte lauthalslos. So viel dazu. Falscher Alarm. Tja, da haben wir schon einen, der da neu hinzutritt und mitspielen will. Und wie der Teufel es will, war das mit dem Kuss auf den Mund bei einem anderen Mann nichts anderes als der Versuch, einen Bruderkuss russischer Art einzuleiten und auf der falschen Seite zu starten. Dass allerdings Kay und Simon sehr schnell ein Paar werden, das behagt beiden nicht so richtig. Sie wissen nämlich nicht, wie sie das den Vieren zu Hause beichten sollen. Vor allen Dingen Simon nicht, der gerade erst zu einem guten neuen Freund erklärt worden ist und eines auf gar keinen Fall riskieren möchte. Nämlich aus diesem Fünfer-Team, was sich da gerade neu bildet, gleich wieder ausgeschlossen zu werden, weil er nicht dazugehört. So vereinbaren die beiden Stillschweigen. Hast du gesehen, wie sie aussieht, zischte Florian mit zusammengebissenen Zähnen zu Chris hinüber. Da muss doch was sein! Chris nickte alarmiert. Kay benahm sich in letzter Zeit wieder einmal äußerst Kay-Typ-verdächtig. Und heute Abend machte sie sich ohne Zweifel für ein Date zurecht. Wo geht ihr hin? rief Chris aus dem Wohn-Esszimmer zu Simon hinüber, der sich im Flur an die Wand gelehnt hatte, um mit der mit ihrem Make-up beschäftigten Kay durch die geöffnete Badezimmertür hindurch zusehen zu können. Kino, dann essen, apportierte er brav. Wer ist er? fragte Chris scharf. Simon geriet in Erklärungsnot. Oh, ein netter Kerl, denke ich. Im Badezimmerspiegel sah Simon Kay breit grinsen. Gut aussehend? fragte Flo. Oh, äh, unbedingt. Simon warf einen prüfenden Blick in den großen Flurspiegel. Denkt er, tönte es aus dem Badezimmer. Simon konnte ein ärgerliches Schrauben nicht unterdrücken. Und was macht er so? erkundigte sich Chris. Simon lief rot an. Äh, er, ich denke, irgendwas mit. Verzweifelt versuchte er Kays Feixen zu ignorieren. Medien! Kay tuschte sich die Wimpern nach. Medien, ja, das war's! Simon nickte erleichtert. Kennen wir ihn? wollte Flo wissen. Simon brach der Schweiß aus. Nicht wirklich, rief Kay aus dem Bad. Nein, dachte Simon, wenn Sie es täten, würden Sie mich umbringen. Stufe 4 der Operation Forever Kay, ein Eifler Seegrab. Er wollte im Boden versinken. Fertig, sagte Kay. Unwillkürlich atmete Simon vor Erleichterung auf. Chris warf einen prüfenden Blick auf den feuerroten Simon und sah Flo entsetzt an. Heißt das das, was ich denke? Flüsterte Flo. Chris nickte unbestimmt und hob die Hand. Abwarten. Und Simon, magst du ihn? Simon verschluckte sich vor Schreck an der eigenen Spucke und hustete. Nein, dachte er, kann ich gerade nicht behaupten. Kay kicherte. Oh ja, sie sind ein tolles Team, er und er. Chris sah, wie Simon noch roter anlief. Verflucht, Flo, du hast recht. Und vermittelt grinste er breit. Tja, also dann viel Spaß euch dreien. Tut nichts, was wir nicht auch täten. Er schloss die Tür zum Flur hinter den beiden, ohne noch einmal hinaus zu sehen. Daher sah er auch nicht mehr, wie Simon vor Schreck fast gegen die geschlossene Wohnungstüre lief. Perfekt, erklärte Chris dem verständnislos dreinblickenden Flo, als die Wohnungstür hinter den beiden ins Schloss fiel. Lass Simon doch auch in ihn verschossen sein. Wunderbar, brauchen wir nicht einzugreifen. Flo schaute immer noch verständnislos. Das erledigt Simon für uns. Er wird bereitwillig den Anstands-Wau-Wau-Spielen schön dabei sein und dafür sorgen, dass der Typ Abstands-OK hält. Schon um zu verhindern, dass er übersehen wird, verstehst du? Er kicherte. Jedenfalls bis der Typ klar macht, in welche Richtung die Reise geht. Jetzt verstand Flo und riss die Daumen in die Höhe, nahm sie aber gleich wieder herunter. In diesem Dreieck würde es am Ende wohl nur Verlierer geben. Chris las Flo's Gedanken von dessen Gesicht ab. Auch seine Hochstimmung verflog so schnell, wie sie gekommen war. Armer Simon, wenn nur Callum da gewesen wäre. Guten Morgen, rief Kay aus der Küche zu Leon hinüber, als der an seinem ersten Sonntagmorgen in der WG das Esszimmer betrat. Sie rührte die Eier um, räumte schmutziges Geschirr in die Maschine und steckte den Kopf aus der Küche. Was möchten Sie frühstücken? Unbefangen schenkte sie ihm ihr schönstes Lächeln. Leon gab es gerne zurück. Er hatte zwar von Callum nichts von einer Hausangestellten erfahren, aber der Gedanke gefiel ihm. Kaffee bitte. Sie nickte, zog den Kopf zurück und kam kurz darauf mit der Kanne an den Tisch. Ei, fragte sie, als sie ihm seine gefüllte Tasse zurückreichte. Leon schnupperte. Gerne? Speck? Lieber nicht, ich bin Vegetarier. Gut, dann also ohne? Callum trat ein und fasste Kay gut gelaunt um die Taille. Ich sehe, du hast Kay schon kennengelernt. Strahlend gab er ihr einen Kuss auf die Wange. Dann bemerkte er Leons erstarrtes Gesicht. Das ist Kay. Callum lachte. Ja, ist sie. Der hübsche Blonde heißt Simon. Er wohnt nicht bei uns, auch wenn man das manchmal meinen könnte. Sie, er deutete auf Kay, hat übrigens das Zimmer vorne rechts. Leons Gesicht wurde noch eine Spur bleicher. Eine Mitbewohnerin? Ich dachte, was dachtest du, ich hab doch nun wirklich oft genug von ihr erzählt. Ja schon, aber ich dachte, sie sei eine Sie wie er. Leon deutete auf Flo, der hinter Callum aufgetaucht war. Der sah erschreckt an sich herunter. Weißes Hemd, Jeans und Sneakers. Was meinte Leon nur? Er hatte sich ja noch nicht einmal vorstellen können. Ja sicher. Callum war ebenso irritiert. Schon richtig. Flo und Kay sind unsere Mieter. Leons Hautfarbe erholte sich nicht. Findest du das nochmal? Kay prustete laut und auch Callum musste lachen. Was, das wir vermieten? Der Scherz ging an Leon vorbei. Sie ist eine Frau. Na gut, erkannt. Wusste ich doch, dass das hübsche Köpfchen nicht nur Zierde ist. Als Leon weiterhin verbiestert aus der Wäsche guckte, wurde auch Callum ernst. Du hättest die beiden schon gestern kennengelernt, aber lass mal überlegen. Er wandte sich Kay zu. Ihr wart beim Tag der offenen Tür im Heim gestern. Sie nickte. Und, haben sie deinen Stand wieder geplündert? Sie nickte und strahlte. 300 Euro Tageseinnahme. Leon blinzelte. Sie halten eine Tageseinnahme von 300 Euro für einen Erfolg? Er sah zu Callum hinüber und deutete auf Kay und Flo. Deine Sozialprojekte? Flo ließ den Stuhl los, den er sich hatte vorziehen wollen und sah Callum geschockt an. Es ist ihr Hobby, Leon. Es sind kleine Leckereien und Kosmetik, erklärte Callum unwirsch. Und sie reißen ihr die Sachen aus der Hand. Flo wartete einen Moment, ob Callum etwas zu ihm sagen würde. Dann drehte er sich um und ging. Um Leons Mundwinkel spielte ein arrogantes Lächeln. Schön, schön. Naja, alte Leute sind ja auch bekanntlich nicht anspruchsvoll. Kays Lächeln gefror. Du hast noch nicht gerochen, was sie kocht, Leon. Wenn sie sich in der Küche austobt, kommen wir aus allen Ecken. Glaub mir, es ist fantastisch, schwärmte Callum hektisch. Keine Auszeichnung für eine Frau, oder? Zu Leons Glück tauchten Davide und Chris just in dem Moment auf und begrüßten ihn freundschaftlich. Callums flehentlicher Blick in ihre Richtung entging Kay nicht. So schluckte sie hinunter, was sie hatte sagen wollen. Und ging. Tja, das sind die beiden Neuen in der WG. Und man kann sich vorstellen, dass da noch ordentlich Zündstoff drin ist. So viel Zündstoff, dass es nicht unbedingt immer gut ausgeht. Ich muss nur die passende Seite finden, wo es gerade nicht gut ausgeht. Es ist so schwer in dem Buch. Die Arbeitssituation von Davide und die Vorkommnisse, über die ich jetzt hier nicht berichten möchte, führen dazu, dass Chris und Davide mit ihrer ersten ernsthaften Krise in der langjährigen Partnerschaft zu kämpfen haben. Und diese Krise endet damit, dass Chris auf dem Weg zu seiner Arbeit einen Herzinfarkt erleidet. Callum und Kay waren schon dort, als Davide im Wartebereich eintraf. Er ging zu ihnen, wartete stumm auf die angekündigte Ärztin und das Urteil, das sie bringen würde. Er empfand nichts, war immer noch nicht aus dem Tunnel heraus, in dem er schon so lange feststeckte, eine Wand aus Glas zwischen sich und seiner Umwelt. Sind Sie Angehörige? Eine Frau im weißen Kittel kam auf sie zu. Ja, logen Callum und Kay. Nein, widersprach Davide. Also wer sind Sie? Sie sagten es ihr. Also keine Angehörigen. Haben Sie Vollmachten? Sie wissen, ich darf Ihnen sonst nichts sagen. Callum sah Davide an. Sicher hat er die. Davide aber schüttelte den Kopf. Nein, Callum habe ich nicht. Wir haben nie. Callum platzte der Kragen. Ja, sag mal, spinnt ihr? Chris ist doch vom Fach. Ihr wisst doch genau, Chris hat seit 20 Jahren eine Vollmacht für mich. Davide sah zu Boden. Sie hatten darüber gesprochen. Einmal. Das einzige Mal, bei dem Chris je ausgesprochen hatte, was er wollte, was er sich wünschte, wo er hin wollte mit ihm, mit Davide. Sie waren damals um Haaresbreite der Trennung entronnen und hatten seither nie wieder darüber gesprochen. Jetzt würden Sie es womöglich nie mehr tun. Die Wand aus Glas bekam einen Riss. Hat er Angehörige? fragte die Ärztin, als Davide schwieg. Angehörige. Irgendwo auf dieser Station lag Chris, sein Chris, und sie würde schweigen. Chris würde sterben und er würde weit fort sein, nicht zu ihm dürfen, nichts mehr sagen, ihm nichts mehr mitgeben können. Die Glaswand zersprang in tausend Scherben. Ja, mich, seit nahezu 20 Jahren. Aber Sie kommen damit nicht zurecht. Ich komme damit nicht zurecht. Die halbe Station hörte ihn brüllen und sah zu ihnen hinüber. Es kratzte ihn nicht. So ist es doch immer. Sie kommen mit uns nicht zurecht und wir müssen darunter leiden. Er machte einen Schritt auf sie zu. Callum fing ihn ab. Davide, die Ärztin schüttelte den Kopf. Machen Sie bitte nicht mich für Ihre Versäumnisse verantwortlich. Nach dem, was Sie gerade gesagt haben, könnten Sie längst eine Lebenspartnerschaft oder eine Ehe führen. Dann hätten wir diese Probleme nicht. Ganz abgesehen davon, dass jedes nicht verheiratete Paar dasselbe Problem hat. Also immer mal halblang mit den Vorwürfen, ja? Davide schämte sich in Grund und Boden für seinen Ausbruch. Vor allem Callums wegen. Darf ich wenigstens zu ihm? Die Ärztin sah ihn mitleidig an. Nein, tut mir leid. Wenn er wach wird und es möchte, ja. Oder wenn seine Angehörigen es erlauben. Davide trat zurück und nickte. Als sie sich abwenden wollte, hielt er sie unvermittelt am Ärmel ihres Kittels fest. Warum? Er ist immer so still, so gleichmäßig, stabil, regt sich so wenig auf. Vermutlich deswegen, erklärte sie sanft und ohne seine Hand abzuschütteln. Das wäre nicht ungewöhnlich. Solche Menschen fressen Sorgen und Kummer oft in sich hinein. Sie sah ihn an. Hatte er Kummer in letzter Zeit? Davide musste nicht antworten. Sie blickte sich um und lächelte verschwörerisch. Nun, es könnte ja vielleicht sein, dass sie durch Zufall hören, wie ich einer Schwester mitteile, dass der ICU-Patient mit dem Herzinfarkt derzeit untersucht wird und wir bald mehr wissen werden. Sie lächelte zu Callum hinauf und zwinkerte. Aber so etwas würde mir natürlich nie passieren. Sie warteten gemeinsam, bis Chris' Familie eintraf. Dann entschuldigten Callum und Kay sich und beobachteten aus der Ferne, wie Chris' Eltern und dessen Schwester reagierten, als Davide ihnen erklärte, warum Chris an jenem Morgen am Kölner Hauptbahnhof zusammengebrochen war, woher er gekommen war und warum. Sie hätten sich jede Sorge sparen können, denn die drei stellten Davide wie selbstverständlich in ihre Mitte, als die Ärztin zurückkam und ihnen nun in allen Einzelheiten berichtete. Es gab kein Wort des Vorwurfs, kein Unverständnis, nur Sorge. Callum und Kay ließen sie guten Gewissens alleine und mit Flo und Simon in der Wohnung auf Neuigkeiten zu warten. Als die Nacht voranschritt und sich niemand mehr blicken ließ, als die Ungewissheit und die Angst sie stumm machten, zog Davide sich zurück. Er wusste, wohin er wollte und was er dort sagen wollte, und doch fiel ihm jeder Schritt dorthin unsäglich schwer. Der Raum war schlicht gehalten, offen für alle Zufluchtsuchenden. Keine Symbole an den Wänden, nur eine Kerze, Licht für die Dunkelheit in denen, die hierher kamen. Er fühlte sich willkommen. Er ließ sich auf eine der Bänke fallen, die Gedanken noch wirbelnd, den Kopf wie aus Watte. Er faltete die Hände in jener ordnenden Geste, die ihm so viel bedeutete und die anderen so lächerlich war, sprach die uralten Worte, die wie stets ganz von selbst kamen, ihm den Weg weisen wollten. Dann erzählte er. »Nehmen Sie die Finger von ihm,« polterte eine Stimme hinter ihm. Davide zuckte zusammen. Ein Mann in einem schwarzen Hemd zog die Hand zurück, die er ihm wohl hatte auf den Rücken legen wollen, und wandte sich dem Sprecher zu. »Wa...« »Ihr Pfaffen seid doch schuld an dem Ganzen hier,« donnerte der breitschultrige ältere Mann an der Tür des Raumes. »Hängen sollten wir euch, alle, an die höchste Domspitze.« »Joseph ist hier.« Chris' Vater war gekommen. Der Mann im schwarzen Hemd richtete sich auf und lächelte. »Verlesen Sie mir noch die Anklage, bevor Sie mich hängen?« Energisch trat Josef ein. Die Anklage. »Mein Sohn liegt da oben und kämpft um sein Leben. Ein Leben, das Sie und ihresgleichen ihm kaputt machen seit Jahren. Weil Sie Menschen wie ihm,« er deutete auf Davide, »einreden, sie dürften nicht lieben. Ihm die Liebe, die er fühlt, zur Hölle machen, nur weil Ihre Kirche Sie nicht lieben lässt.« Der Mann sah von Josef zu Davide zurück und wieder hin und her. »Es ist nicht meine Kirche. Sie gehört mir nämlich nicht. Leider. Manchmal wünschte ich, es wäre so. Er sah Josef offen an und lehnte sich mit dem Rücken an Davides Bank. »Ich bin meiner Berufung gefolgt, ja, aber ich habe nur Gehorsam geschworen, nicht Meinungslosigkeit. Ich kann als Person durchaus eine Meinung haben, die von dem abweicht, was die Kirche vorgibt, zu deren enormen Ärger. Was nützt Ihnen eine Meinung, wenn Sie sie nicht umsetzen dürfen?« Es klang immer noch nach Kampfansage. »Wer sagt Ihnen, dass ich das nicht kann?« Als der Mann Josefs zweifelnden Blick bemerkte, lächelte er wieder. »Was ist die Kirche letztlich?« »Die Gemeinschaft der Gläubigen,« antwortete Davide automatisch. Der Mann sah sich überrascht nach ihm um. »Richtig? Und was sind die Gläubigen?« »Menschen.« Selbst der Fels, auf dem Christus seine Kirche bauen wollte, war ein Mensch. Zum großen Ärger seiner Nachfolger, die das gerne anders gehabt hätten. »Denn weil wir nun mal Menschen sind, sind wir nicht fehlerlos. Ich sage, also ist das auch die Kirche nicht.« Er lächelte zu Josef hinüber. »Dafür dürfen Sie mich hängen.« Nein, die Kirche lebt mit den Menschen, in den Menschen und von den Menschen. Und wie die Menschen, so kann auch sie sich ändern. Viele sagen, sie muss sich ändern. Nun, tut sie. Die Erde ist keine Scheibe und Krankheiten sind keine Strafen Gottes mehr. Der Mensch hat sogar einen freien Willen zugestanden bekommen. Selbst ich. Der Weg der Veränderung ist lang, zu lang, unbestreitbar, aber er ist da. Es gibt genug, die ihn weitergehen wollen und etliche, die ihn immer offener fordern. Vielleicht nicht mehr oder noch nicht so drastisch wie die, die einst Kampfansagen in Form von Thesen an Kirchentüren schlugen. Aber es gibt sie und sie arbeiten an Veränderungen. Leise, möglichst ohne Kriege dabei zu entfachen. Josef schnaubte. »Das alles hilft Ihnen doch keinen Schritt weiter,« er deutete auf Davide. Nicht unmittelbar, nein. Aber es läuft über ein paar theologische Umwege auf etwas hinaus, das ich, und ich meine jetzt ausdrücklich mich persönlich, immer für das Wichtigste an meinem Glauben gehalten habe. Nämlich, dass letztlich Gott alleine über uns richtet. Ich kann, einmal dazu berufen, in seinem Namen ein Sakrament spenden, wo ich sicher bin, dass ihm das gefällt, wo er es vielleicht sogar selbst verlangt hat. Aber ich sollte mich tunlichst zurückhalten, derart in seinem Namen zu handeln, wo ich mir nicht sicher bin. Ich bin eben doch nur ein Handlanger. Aber wenn ich kleines Licht es nicht tue, dann heißt das noch lange nicht, dass auch er das nicht tut. Es heißt doch erst einmal nur, dass der Mensch es nicht tut. Wir hoffen darauf, seinen Namen zu erfüllen, zu lesen, was uns hinterlassen wurde. Wir interpretieren und studieren. Wir, die wir uns berufen fühlen, glauben es sogar. Beharren vielleicht manchmal darauf, bestärken uns gegenseitig darin. Sind der festen Überzeugung. Nur wissen werden wir das alles erst, wenn wer eines Tages vor ihm steht und er Rechenschaft von uns fordert. Es ist das Versprechen unseres Glaubens, dass wir dann nicht auf einen Rechenden, sondern auf einen Liebenden, Verzeihenden und Verstehenden Gott treffen werden, der unser Gewissen ebenso prüft wie unsere Taten. Das heißt für mich, er sah zu Davide hinüber, denken Sie Ihren Weg zu Ende. Sagen Sie ihm, was Sie ihm zu sagen haben und dann entscheiden Sie, was Sie ihm gegenüber eines Tages verantworten können oder eben auch nicht. Wie gesagt, das ist der persönliche Rat eines Mannes, der zufällig ein schwarzes Hemd mit weißem Kragen trägt. Er lächelte Josef an. Ein Rat, für den ich mich übrigens ebenso ungerne an eine Domspitze hängen lassen möchte, wie für den Rat, den derselbe Mann mit einer Soutane bekleidet geben müsste. Ich lebe nämlich ausgesprochen gerne, müssen Sie wissen. Daran kann der Zölibat auch nichts ändern. Josef schmunzelte, dann wurde er wieder ernst. Davide? Davide sah zum ersten Mal von der Bank vor sich auf und zu Josef hinüber. Er ist außer Lebensgefahr. Josef lächelte. Davide sah, wie der Mann im schwarzen Hemd kurz die Augen schloss und sprach die drei Worte im Geiste mit ihm. Josef kam zu ihm hinüber. Ich denke, er hat recht, Davide. So kann es nicht weitergehen. Es wird Zeit für dich zu entscheiden, was du möchtest. Aber egal, wie du entscheidest, Chris wird es verstehen. Wir werden es verstehen. Das solltest du wissen. Der Mann in dem schwarzen Hemd nickte. Ich bin nur zufällig hier, Davide. Oder vielleicht auch nicht, wenn ich es recht bedenke. Er sah zu der kleinen Kerze hinüber, die vorne an der Wand aufgestellt war. Aber wie auch immer, er ist immer, überall und für jeden erreichbar. Egal, welche Entscheidungen der getroffen hat oder treffen will. Er stieß sich von der Rücklehne der Bank ab. Für jeden Josef. Besonders dann, wenn derjenige gerade mal wieder einen der Seinen an seinen Dom hängen möchte. Er lachte leise, ließ Josef den Vortritt und folgte ihm nach draußen, wo sie ein kurzes Nicken tauschten und auseinandergingen. Davide blieb noch etliche Stunden in dem stillen Raum. Es gab keine Offenbarung, kein Wunder, das ihn erlöste. Aber am Ende eine Entscheidung. Eine, zu der er stehen wollte, zu stehen hoffte, für den Rest seines Lebens und darüber hinaus. Er kehrte zu den anderen zurück, die ihn erwartungsvoll ansahen, als er ihnen gegenüber trat. Doch was er zu sagen hatte, war für Chris bestimmt und für Chris alleine. Er öffnete den Mund, als jemand in Krankenhausuniform auf sie zutrat. Er ist wach, sagte der Mann knapp, aber freundlich. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Eine Lesung